Hey Leute, willkommen zu einer Runde Bad Boss und zugleich ein Infovideo. Ja, ähm, wie ihr seht, ich habe jetzt mein zweites Infovideo, haue ich jetzt raus und in 5 Sekunden beginnt's auch schon. Und zwar am Wochenende kam jetzt kein Video, weil ich weg war, ich war bei meiner Oma in Frankfurt. Ähm, das ist eine neue Map hier, glaube ich. Ich glaube es... Ich bin mir nicht sicher, was steht da? Royal Valley. Ach, dort kommt Eisen und dort kommt Bronze. Ähm, ja, deswegen konnte ich keine Videos raushauen und ich hatte meinen Laptop auch nicht dabei. Ähm, ab Montag geht ganz normal weiter, zwei Videos pro Tag. Und ich möchte jetzt einmal sagen, jeden Tag kommt momentan ein, ähm, das Dorf-Video. Und nach das Dorf, ähm, kommt jeden Tag eine Folge, immer Skyblock. Skyblock wird das nun nicht so prägt sein, was nach das Dorf kommt. Na, klicken muss gelernt sein. Und, ähm, ja. Das war es schon mal dazu. Ähm, und das zweite Video kommt dann jeweils, äh, immer entweder Clash of Clans. Und der ist bestimmt auf, gerade da hinten, der Bursche. Kommen die jeweils immer Clash of Clans, wir sind kein Rot. Oh, Junge. Warte, ich muss mich jetzt eben... Okay, der hat nochmal umgelegt. Ähm, jetzt sind wir ohne Pet. Hahaha. Was nicht ein toller Start. Okay, wir dürfen jetzt einfach nicht mal runterfallen. Wurde das Eisen jetzt echt eingebaut. Ähm, ja. Ähm, kommt entweder, ähm, das Dorf... Ach, ach, ausrichter. Als zweites Video... ...kommt, äh, entweder... Ähm, ja, Clash of Clans. Oder halt so ein Infovideo, so wie jetzt. Das kommt jetzt jetzt, zweites Video. Oder, äh, eine Runde Upgames, Survival Games, Endergames, äh, und so weit, der und so fort. Das ist so der Ablauf. Und ich spare eben kurz für ein Dreierschwert. Müssen wir uns jetzt hier eben verkampen. Oh, jo. Oh, jetzt werden wir hier noch mit einem Bogen gespammt. Oh, ich bin gleich tot. Yo. Ich boah das Bett jetzt ein. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Da kommt. Junge. Okay, dat war ein Hacker. Da kommt. Junge. Okay, dat war ein Hacker. Dies war ein Hacker. Äh, Leute, ihr habt jetzt selbst gesehen. Ähm, ich konnte gar nicht zuschlagen. Guck mal, wie schnell ich tot war, ne? Das war auf jeden Fall einer. Ähm, ich werde jetzt einfach meine nächste Runde joinen. Noch eine Runde können wir machen. Ihr habt selbst gesehen, Leute, ne? Also, ich bin ja nicht blind im Auge. Ich bin ja nicht blind im Auge, ne? Also, das war wirklich eine. Der hatte keine Rüstung an, ne? Und, ähm, guck mal, wie der mich weggekombot hat. Also, das muss ich wirklich einen, ähm, äh, das muss ich wirklich sagen, ne? Das war wirklich ein, ähm, Hacker. Ich sag nicht zu vielen Leuten, Hacker. Aber wenn's schon einer ist, ne, dann muss man's auch mal sagen. Und das ist in einem Video. Das ist gut, das ist gut, wenn's im Video kommt. Ähm, dann machen wir eine neue Runde. Und ich hab jetzt alles gesagt. Die ist auch neu, glaub ich. Ne, da ist... Ich dachte, da wäre auch irgendwie ein Spawner, weil das so komisch war. Okay, das ist, glaub ich, einer Unsichtbar. Ne, ich spiel gar nicht auf der 1.8. Kann keiner Unsichtbar sein. Was machen die denn da? Mein Gott, wo ist, wo ist denn hier das Dings? Spawner, da oben drauf ist das Bett. Oder? Ich such nur jetzt hier... Dort oben das Bett, ne? Oder ich muss nur eben das Bett suchen. Ne, da ist ein Goldspawner. Oh. Ich hoffe, den hat noch keiner gesehen. Ich hoffe es einfach mal. Okay, wo ist denn jetzt hier ein Villager? Bin ich blind? Ach, dort ist ein Villager. Komm, ich brauch eigentlich vier Eisen. Aber ich kann mich ja schon mal jetzt zurecht equippen. Der hat sich schön hochgebaut. So wollen wir es haben. Machen wir mal erstmal jetzt hier eine Eisenspitzhacke. Schöne. Schöne. Alter. Jawohl. Haben wir zwei. Da haben wir zwei erwischt. Ich hoffe, das wird jetzt eine gut bessere Runde. Und... Und... Oh. Oh, von einem blauen Blastet, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gehe noch einmal zum Goldspawner jetzt hier gucken. Dort sind drei. Dann kann ich mir gleich eine bessere Brust machen. Ich möchte nur noch einmal zum Goldspawn... Oh, da sind zwei. Ach, das ist ja ein Fünfer-Team, ne? Ich glaube, da oben ist einer schon, der das entdeckt hat. Nein! Keiner entdeckt. Okay. Sehr gut. Hä? Wurde der Eingang zugebaut, oder was? Ne. Mir bin ich gerade ein bisschen dumm. Oder muss... Hä? Ach, da geht's runter. Ich laufe hier auf dem Dach hier die ganze rum. Wärten wir vielleicht... Hier ist das Bett, ne? Cool, wenn das auf die Statistiken auch draufgehen würde. Drei Eisen über sechs. Komm, gehen wir noch einmal hier hin. Acht haben wir hier. Nein, geht der da hin? Nein. Nein. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche nur ein Gold. Ein Gold brauche ich noch. Dann bin ich happy. Dann happy, 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 happy. Nein, 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 nein. Ich brauche nur einen. Einen, 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 einen. Woa. Jawohl. Jawohl. Ich dachte schon, unser Gott. Ein Gold möchte ich haben. Ja. Unser Bett wurde aber noch nicht angemessen. Jawoll! Mein Team rasiert hier völlig. So gefällt das dem Adrian. Dem Upset-TV, dem guten alten Schlawinski. Okay. Wow. Nein, ich drehe gerne wieder um. Ja, ich kann gerne wieder umdrehen. Oh, 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 oh. Ich komme ja schon. Bitte nicht runterschiezen, bitte nicht runterschiezen. Nein, fahrs! Okay, er kriegt mich, er kriegt mich, er kriegt mich. Ja, weil ich hatte, von den Schafen, ich habe mich nicht hoch genug gebaut, weil er die Decke war. Mal eben kurz hier nach oben gehen. Schau, ich nehme mal vier, vier, das Minimum. Wenn ich jetzt schnell genug oben bin, kann es sein, dass da noch was liegt. Drei wieder, drei wieder. Warten wir jetzt noch. Ja, ich habe vier. Ich habe wieder vier. Vier, 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 vier. Okay, aber wir haben nur als einziges, als einziges ist das Bad. Das ist gut, das ist very good, das ist sehr gut. Und einen habe ich sogar mit in den Tod gerissen. Also habe ich nicht mit in den Tod, aber habe ich getötet. Okay, fünf habe ich sogar. Soll ich ja natürlich am besten noch sechs. Jawohl. Und haben wir hier eine Holzspitzhacke. Sehr gut. Nein, ich habe siebener Brust können wir uns leisten, wenn schon, denn schon. Noch essen. So haben wir es auch schon hin und rufen. Hätte jetzt nicht sein müssen, müsste mit der Brust, aber naja, egal. Holzspitzi. Oh lol, ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn einfach mal gekillt. Ist das ein Dings? Oh lol, ich habe ihn gekillt. Ich rüste mich aber jetzt nicht mehr aus. Machen wir mal die Washer-Taktik. Keiner hat was mitbekommen. Was habe ich denn gemacht? Na, gar nichts. Ich bin gerade nicht gestorben. Nein, Quatsch. Wie komme ich da drauf, dass ich gestorben bin? Weiß ich auch nicht, wie ich gestorben bin. Ich bin nicht gestorben. Ach, Quatsch. Hä? Ich bin ja gerade doch gar nicht gestorben. Was habt ihr alle? Ich bin jetzt gestorben. Quatsch. Quatsch mit Soße. Quatsch, muss da ein Loch sein, ne? Bisschen Ordnung. Quatsch mit Soße. Quatsch mit Soße. Ach, der wurde runtergeschossen, ne? Gelb! Ist das nicht... Ne, das ist nicht gelb hier. Ich hab meine Sichtweite nicht so hoch. Eigentlich brauch ich noch einen Bogen, ne? Warte mal, ich geh mal hier hin. Zu einem Team und gucken, ob da viel... Ich weiß nicht, ob das gelb ist oder was. Ich weiß nicht, ob das gelb ist oder was. Oh, das ist unser Team. Äh, oder? Klar, ne, das ist was. Ich hab ein Eisenschwert, verdammtes Eisenschwert gehabt. Oh, Junge, war das knapp. Oh je, meh, nee. Oh je, meh, nee, war das knapp. Wenigstens. Ey, ich lieb noch einer von Team Grün. Knappe. Oh je, meh, nee, oh je, meh, nee. Oh, hm. 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 Jetzt hab ich ein bisschen Panik in der Titanic. Oh je, nee, nee, ich will wieder ein Falschen weglaufen. Gleich kommt der von hinten an und sagt, Ätschübätsch. Ja, das kann ich mir noch zutrauen. Okay. Lebt aber noch einer von Team Gelb noch. Und einer von Team... So, das Gerbbett ist ja schon abgemacht. Das ist ja schon abgemacht. Ja, stimmt. Ja. Ja. Das kann man sich so fälligerweise nicht kaufen, oder? Das kann man sich so fälligerweise nicht kaufen, oder? Nein, ich will das nicht. Nein, nein, ich wollte ins Wasser springen. Eigentlich wollte ich jetzt hier laufen. Wo ist es da wieder Löcher sind? Da lebt er noch. Nein. Na, okay, hat mich gekriegt. Aber da kommt der Blaue. Da war er. Da war der Halunke. Guck mal, wenn ich Glück habe, wurde kein Gold genommen. Wenn ich jetzt mich beeile! Ne, sind doch sogar... Sieben! Neun brauche ich. Team Gelb wurde vernichtet. Nur noch dieser eine von Team Grün ist da. Den möchte ich mir jetzt... Den möchte ich mir jetzt holen. Den Schlawinskill, den holen wir uns jetzt. Das war ich alleine! Ich konnte jetzt womöglich tun. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen Essen. Und... Und ein Schwert. Ach, ich deb... Ach, ja, das Eisen. Das war ja dort hinten. Das sind so viele. Holen wir uns... Mach mal hier eine... Das ist leichter eine Brust. Ach, mit den drei können wir eine Rettungsplattform holen. Oder schweig. Speziale... Blöcke. Holen wir uns... Ich hab das in einer, ich da... Okay, da muss ich jetzt für eine Enderperle sparen. Wenn wir den Bastard nicht killen. Aber wenn ich jetzt besser ist, wenn ich runterfliege. Oh, dort ist ja schon eine Rettungsplattform. Gucken wir mal, was da noch so alles ist. Nein, eine Enderperle. Ich kann nicht mal so verkehrt. Ich glaube, der ist nämlich in der Mitte. Ne, da ist einer. Da ist einer. Fuck. Okay. 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 Nee, da geh ich bitte nicht runter. Ich geh hier runter. Kann ich ins Wasser springen? Das ist gar gar nicht. Doch, dort ist Wasser. Nein, nee, nee. Ich hol mir dann nochmal hier nochmal eine. Hier, weil das der letzte, äh, womöglich der letzte Endfeindkampf. Und er wird uns vermutlich noch alle killen. Hol ich mir aber hier auch nochmal ein Trinken, Essen. Ein bisschen nicht trinken, ein bisschen essen. Und dann... Und nochmal eine Dreierbrust. Und dann, wenn schon, denn schon. Noch eine Goldspitzhacke. Weil heute ein schöner Tag ist. Das wird eh nach dem Ende wird es noch nicht sein, weil da die Rettungsplattform noch ist. Ich kann mal ein paar bisschen mehr Blöcke mitnehmen. Oh. GG. Habe ich mich so ausgerüstet. Habe ich mich so ausgerüstet, ne? Und im Endeffekt wurde es dann nichts. Ähm, dann, ähm, hoffe ich war's das mit diesem kleinen Infovideo. Ich habe euch alles weg in Erfüllung gebracht. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.